In den tiefen Gewässern des Bermuda-Dreiecks schwebte ein mysteriöses Geheimnis. Ein Segelschiff mit mutigen Abenteurern wagte sich in die unerforschte Zone. Plötzlich verschwand es spurlos. Doch dann, Jahre später, tauchte das Schiff wieder auf, unversehrt und vollbesetzt. Die Besatzung erzählte von einer Reise durch eine andere Dimension, von magischen Wesen und faszinierenden Welten. Das Bermuda-Dreieck entpuppte sich als Tor zu unvorstellbaren Abenteuern. Von nun an wagten sich viele in die unergründlichen Tiefen, um das Geheimnis des Bermuda-Dreiecks zu erkunden und das Unbekannte zu entdecken.